Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanktuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht sein. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen. Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen! Töten uns alle, töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch! Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Abonnieren Sie die Stadt. Am Ende von einer Leitersplatte. Ach, es ist nichts. Ich mache eine Höhle. Abonnieren Sie sich. Und beide sind das Hafteil. Obviamente, ich gebe Ihnen alle anderen Sachen. Ich freue mich Ihnen. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Wenn Def mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Oh, armes Ding. Dieses schreckliche Wetter ist keine Zeit zu reisen. Ein wärmendes Feuer. Gibt es in dieser Welt doch noch? Ich habe sie aus Kiovashat mitgebracht. Elanta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erstmal im Schurpen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Niemand sollte in Furcht leben. Ich werde diese alten Ruinen vom Bösen säubern. Wirklich? Oh, vielen Dank. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hau! Ha! Hau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Wut. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Vielen Dank.